Salve Ezio! Willkommen! Und gut gemacht! Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Es sagt doch! Ihr werdet kaum Gegner haben! Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Position beziehen. Söldner zu strategischen Zielen eskortieren, die von Bartholomeo markiert wurden. Jede Familie, die sich mit dem Bortholomeo einlässt, ist auch ein Feind der Auditore. Brauche ich nicht. Geht weg! War jetzt klug, was schon markiert ist, zu markieren. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Lachen mit ihm. Lachen! Laut ihm. Voraus! Lachen! 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 Was bist du? Lachen! ich sehe mal bevor nicht weiter zu gehen ja voller blut wartet hier auf mein signal wie ihr wieso bin ich denn jetzt rot markiert ich bin ein ziel bin markiert worden jetzt kann ich es so machen wie ich es vorhin vor hatte kann ich hier nicht langweil da der baum ist habe ich noch nie gesehen halte diese stellung wird erledigt Wir lang. So, nächstes. Drittes Gebiet sauber. Hier. Hier werdet ihr wappen. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. So, Position beziehen habe ich erfolgreich gemacht. Halt's Maul. Oh, 1010 mal. So, ich würde etwas mehr. Warum auch immer ich jetzt als Ziel markiert bin. Das ist wohl ein Fehler oder so... Platz! Das ist glaube ich die Bank, die ich verpeilt habe das letzte Mal zu plündern. GINDER! Den Wagen gibt er auf. Oh, drei Rolllinge. Oh, Nummer zwei. Voll ins Wasser. So, Nummer zwei. Ah, bleib stecken. Steht dir ziemlich gut. Ich will hier raus. Ich löse dich. Du konntest wohl nicht anders. Ich hab dich erlöst. Ah, jetzt nicht wieder die Bank vergessen. Ich hab dich erlöst. Wenn ich mich aus der Villa nehme, kratze ich an den 200.000. Ich erhebe mich. Bitte, lass mich hin. Wo ist das Problem? Jetzt kommt das Amtentat. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Ben, Ben. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Silvio, du drückst dich. Zwei Fliegen, eine Klinge. Angriffssignal geben. Dann ein Attentat auf Dante und Silvio ausführen. Silvio Bavarigo. Aufgezogen von reichen Händlern kam Silvio in Kontakt mit der Politik, als sein Vater aus dem Familienerbe ausgeschlossen wurde. Seitdem arbeitet Silvio für seinen Onkel, den Mörder seines Vaters. Er war anscheinend sehr überzeugend. Schnell wurde er zum Berater seines Onkels und bewies seinen Wert durch die Entdeckung einer Verschwörung der Soranzo gegen die Barbarigo. Das wird ihr gefallen. Bevor der Plan ausgeführt wird, gibt Silvio ein Osterfest und lädt die Soranzo ein. Im Hof gibt es ein Schauspiel für die Kinder. Derweil eskortiert Silvio die Eltern auf das Dach. Er prostet der Familie zu und gibt dann den Bogenschützen in den Hoffenstern ein Signal. Die Soranzo haben nie wieder etwas gegen die Barbarigo unternommen. Zehn Jahre später lebt Silvio im luxuriösen Palazzo seines Onkels in Venedig. Den Geschichtsbüchern nach starb sein Onkel im Schlaf. Und er bekam über Nacht natürlich eine aufgeschlitzte Kehle. Geburtsjahr 1435, Beruf, Mitglied des obersten Gerichts von Venedig. Stadts Inquisitor Adeliger. Ah, er ist auch gekommen. Bartolomeu braucht meine Hilfe. Nichts müssen wir, aber es ist eine Art von einer Feinlandern. Das ist der Beste. In der Beste. Der Beste. Der Beste. Oh. Der Beste. Ist Bartholomeu etwa gestorben oder so schnell? Hmm, dafür hat er noch ein Auge ab. Hier müssen wir zeigen. Nehmt nach! La Jou, da, da! Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Oh, kannst mich mal, du Hurensohn! Von Caputana! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Was wir kommen! Ach, stimmt ja! Du weißt es immer noch nicht, oder? Aber wenn Danke mit dir praktisch ist, ist das nie wieder! Genug davon! Wir haben keine Zeit! Komm zu mir! Wir müssen abreißen! Ezio, geht jetzt! Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister! Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen! Geht's für die nach Rom, oder was? Du bist ein ewiger Mistkerl! Ja, ich bin hier nicht gelieb! Du bist ein ewiger Mistkerl! Du bist ein ewiger Mistkerl! Du bist ein ewiger Mistkerl! Na, du bist ein ewiger Mistkerl! Es gibt kein Ausweg, du hund! O tangible. Einer ist schon mal weg! Hier kommst du nix! Es gibt kein Ausweg, nur und gib auf! Du musst nicht nach Hause! Na komm schon! Er wird nicht bei Käufers! Woher? Überraschung! Ich dachte, du hast mich abgehängt. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen? Nur zur Ablenkung! Wir sollten segeln! Wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypan heißt ihr Ziel. Sie wollen... Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescard in Pace. Gut gemacht, Ezio! Silvio ist besiegt! Und der Militärbezirk gehört wieder uns! Was für eine Freude! Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen! Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Ich freue mich!